Der Hauptgrund, warum ich mich entschieden habe, mit Kaweco zusammenzuarbeiten, ist egal, ob aus dem Graffiti-Bereich, Illustrationsbereich, Grafikbereich. Das erste, was man immer macht, ist ein Strich auf einem weißen Blatt Papier. Dementsprechend habe ich mich sehr gefreut, dass die Möglichkeit sich aufgetan hat, mit so einem hochwertigen, qualitativen, traditionellen Stifterhersteller, wie Kaweco, was gemeinsam zu machen. Die Gründe für dieses Colabo sind wahrscheinlich primär die Parallelen, die nicht direkt auf der Hand liegen. Und zwar geht es zum einen darum, dass wir beide eine Art Traditionsunternehmen sind. Kaweco gibt es seit 1883. Ich habe jetzt auch 25 Jahre auf dem Buckel, das ist vielleicht nicht ein Traditionsunternehmen, aber für meinen Bereich doch eine ganz schön lange Zeit. Und was uns ganz klar verbindet, ist so ein Bewusstsein für Tradition und für Klassik, aber ohne die Augen zu verschließen vor Modernen und vor Fortschritt. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist die Liebe zum Detail, die wir beide ganz krass in die Arbeit einfließen lassen und die wir auch in der Sokolabo haben einfließen lassen. Wir haben ein Produkt, was im Grunde sehr Klassik ist, aber eben mit so einem modernen Touch, mit so einem aktuellen Mindstate. Ist auf jeden Fall ein schönes rundes Paket geworden, was man sich auf jeden Fall gönnen sollte. Das Ganze könnt ihr unter www.kaweco-pen.com bestellen.